Boarding verpasst? Mir doch egal, dachte sich offenbar dieser Urlauber am Flughafen Madrid-Barajas. Sein Flugzeug hat das Terminal längst verlassen. Trotzdem schafft es der Mann an allen Sicherheitshürden vorbei auf die Fluggastbrücke. Und er springt dann sogar aufs Rollfeld. Es ist unwahrscheinlich, dass die Maschine nochmal angehalten hätte, nur um einen verwirrten Passagier reinzulassen, der plötzlich an die Scheibe klopft. Aber dazu kommt es gar nicht. Zwei Mitarbeiter halten den Mann schließlich zurück. Allerdings darf man sich schon wundern, wie der Urlauber überhaupt so weit kommen konnte. Ein Flugzeug erwischen. Selten wohl wurde diese Redensart so wörtlich genommen.